Moin Leute, willkommen zum neuen Video. Ich stehe immer noch in Havala, wie auch in den letzten beiden Videos. Jetzt stehe ich hier an dem Fundament, was am weitesten ist. Das ist dann die, warte mal, ist das die sechste Anlage? Ja, das ist die sechste Anlage, die ist dann als erstes fertig. Ihr seht halt, das Fundament ist fertig. Es wird ein bisschen ein kurzes Video, weil es wirklich mega kalt ist. Ich glaube, wir haben 5 Grad und ich will mich nicht so lange aufhalten hier. Ich will ja noch zum anderen Fundament euch das noch zeigen, wo die ganze Verschallung fertig ist. Also, wir haben hier wirklich mehrere Stadien. Wir haben das Stadien, die Verschallung wird gebaut. Da haben wir, wo gar nichts ist. Da haben wir, wo die Verschallung fertig ist. Dann haben wir das, was gerade fertig ist und das, was fertig ist. V162 Fundament, wirklich riesen Ding. Ja, und dann dauert es nicht mal lang. Dann muss das hier noch versiegelt werden. Muss ein bisschen was dran gemacht werden. Dann kommen wahrscheinlich schon die ersten Turmteile. Also, das Datum für den Turmbau habe ich. Von dem Anfang weiß ich gerade noch nicht. Das kann ich aber euch jetzt reinschreiben. Das seht ihr jetzt hier. Hier, schön, seht ihr das? Genau. Ja, ich wollte euch nochmal darauf hinweisen, lasst bitte ein Abo da. Es haben wirklich nur von denen, die meine Videos gucken, nur wenige Prozent abonniert. Das kann ich euch mal zeigen und einblenden. Bitte lasst einfach ein Abo da. Einfach unten den Abonnieren-Knopf drücken. Das kostet kein Geld. Ihr abonniert damit kein Abo oder so. Das ist gratis. Und damit unterstützt ihr mich, weil wir sind bald bei den 400 Abonnenten. Ja, dann war es das schon wieder mit dem Video. Ich wollte nicht so ein langes Video machen, aber hier sieht man schon mal das fertige Fundament, wie es dann mal bei den anderen sechs Anlagen, auch bei fünf Anlagen aussehen wird. Das kann aber noch dauern. Es sind halt schon mehrere Anlagen, aber hier ist schon mal ein bisschen mehr los. So, dann lasst jetzt gerne ein Like da. Wie gesagt, ein Abo da lassen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.